Mandeln essen Hallo ihr beiden, esst ihr eigentlich Mandeln? Du hast es uns schon mehrfach empfohlen, aber ich vergesse es immer. Jungs hört mal, das ist sehr wichtig. Sei Barber, der Weltenlehrer empfiehlt täglich Mandeln zu essen. Die Mandeln solltet ihr über Nacht in Wasser einlegen und am nächsten Tag entfernt ihr einfach die Haut, bevor ihr die Mandeln esst. Trainer, wie viele Mandeln isst du denn am Tag? Ich esse 5 Mandeln am Tag. Aufgabe, esse jeden Tag 5 Mandeln, die du am Tag vorher in Wasser eingelegt hast. Wenn du dich daran hältst und die Mandeln entsprechend isst, dann wirst du ein langes Leben haben.